Ja! Hier, komm her! Ja, ich wollte schon immer mal ein Hammerbruder sein. Hier, so sieht das aus, wenn man Mario spielt, da werfen die Hammerbrüder immer so auf einen die Hammer. Weißt du? So sieht das aus, wenn man selber spielt. Okay, Freunde, wir sind zurück. Willkommen zu Super Mario Odyssey. Mit dabei ist die Kimi. Heute geht's in Schlemmerland, denn die Kimi mag Süßigkeiten. Na? So ein paar Weingummis hier mal während der Aufnahme wären auch nicht schlecht, ne? So, mal gucken, was im Schlemmerland so abgeht. Ich bin sehr gespannt. Bowser will also seine Räder halten und sie mit Edelwasser begießen. Scheint, als käme er von der Vorbereitung voran, wo wir gerade ein bisschen Zeit haben. Bla, bla, bla. Hallo! Ja. Hier steht, dass dieses Land bekannt für seinen auf dem Vulkan zubereiteten Schlemmer-Eintopf ist. Echt feurig. Das hat aber einen anderen Namen gesagt. Also da ist ein Vulkan. Jo. Da sind die Hasen, siehst du sie? Da sind wieder die Hasen, die Häschen. Ich glaube, da kommt jetzt schon wieder das Mädchen. Weil da lange haben wir schon zweimal gekämpft. Ich glaube, da kommt jetzt das Mädchen dann an. Na, wir gucken mal, ne? Okay. So, die Brodels sind wieder da. Ja, ich sehe schon. Boah, brauchen wir hier viele Monde. Guckt ihr da dann? Boah. Na gut, los geht's. Du machst gerade das Essen von dem Kabot. Wir brauchen die, glaube ich, Schatz. Hau mal drauf her. Okay, das war nichts. Was ist das? Was ist das? Okay, die schmilzen. Ekelhaft. Das sind Tomaten. Das ist aber gar nicht gut, ne? Guck mal, da oben. Jo. Blaue Sterne. Wie? Wir haben schon einen Stern? Jo, einen haben wir schon, stimmt. Aber... Ach, ja sicher. Haben wir doch mal geholt. Weiß das nicht mehr? Nee, ne? Ja, ich aber. Da sind wir doch durch so ein Bild gegangen. Und da haben wir doch schon... Ja, ja, ja. Jetzt weißt du wieder, ne? Ja. Aber guck mal, da hinten. Siehst du die da? Die Gumba-Frau? Oh, wir müssen die hier erholen. Welche Wunderfrau. Die da hinten. Ach so, ja. Die da hinten. Was? Was? Guck mal, die hat jetzt jetzt schon... Liebe mich! Liebe mich! Da fehlt noch einer. Wo ist der? Da... Ist nicht so schlimm. Doch, einer fehlt. Ah, Papi! Wir brauchen alle. Komm her! Los, komm her, ihr! Alter, das ist... Das schaffen wir nicht, oder? Oh! Das ist aber auch knapp, ne? Cool wäre es, wenn die sich da selber raushauen würden. Machen die aber nicht. Und wieder über dem Mais. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott! Ja! Yeah! Zwei Müll haben wir. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey! Oh, ne, das ist nicht gut, Papi. Ich frage mich, ob wir... Oh, das ist nicht gut. Ich wusste es. Ach, das geht... Ah, okay. Cool. Cool, oder? Lustig. Oh, der kommt jetzt schon? Warum kommt der denn jetzt schon? Guck mal, der lange ist weg. Haben wir den lang für immer besiegt? Hm. Ich werde mir auch noch einen Nachschlag für den Weg mit dem. Aber erst, wenn ich mit dir fertig bin. Okay, der dicke kommt. Bereit, Schatz? Ja. Wann? Schatz, ich brauche dich. Was machst du denn da hinten? Was machst du denn da hinten? Alter, was macht der denn da so lange? Der war gut. Der war richtig gut. Nimm doch den her. Ne, wir haben ja voll. Das Herz brauchen wir, wenn wir getroffen sind. Super. Haben wir super gemacht. Jetzt haben wir den Augen für immer besiegt, ne? Ja. Wenn wir keinen ekligen Schleim mehr brauchen. Wenn wir keinen ekligen Schleim mehr brauchen, ne? Ne, so was Ekliges brauchen wir nicht. Brücke. Brücke. Unter den Käsefelsen. Käse ist eklig, ne? Ja. Außer auf Pizza, ne? Ach so, den müssen wir anreden. Warte mal. Willkommen auf der Schmausspitze. Der Ort, an dem kulinarische Träume wahr werden. Ich würde nur allzu gerne alles zeigen. Leider steht uns bei Betan die Brühe bis zum Hals. Lass mich doch nicht allein. Mach ich doch gar nicht. Oh ja, da reingehen wir mal. Aber wir haben doch nicht genug Münzen. Äh. Oh. Oh. Wo kommt... Hey. Was macht der denn da oben? Wir müssen erst ganz viele lilane Münzen sammeln. Ich weiß, aber trotzdem gehen wir da rein. Und gucken, was für Sachen es geht. Das war aber jetzt gemein, ne? Ja, das war richtig gemein. Wir finden den so schön und dann... Wir sind einfach weg. Ich weiß nicht, ob hier oben was ist. Ich wollte einfach mal gucken. Da her! Ja, aber das brauchen wir jetzt nicht. Was ist denn da? Wann machen wir denn da? Wer bist du denn, Digga? Spiel eine Runde Jackpot. Das Spiel, das von der Brutz... Was? Brutzel... Was? Brutzel-Ebene aus die ganze Welt erobert hat. Okay. Zehn Münzen bekomme ich von dir für ein Spiel. Äh. Es winkt ein Mond. Sollen wir mal spielen? Ich weiß mal nicht, wie es geht, aber wir können ja mal gucken. Ne, nicht, 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 nicht. Warte. Bei... Und warte jetzt. Ah, Mist, jetzt haben wir... Schade. Was? Ja, wir müssen immer die... Wir müssen alles das selber haben. Ach so. Nicht schlimm. Wir machen es nochmal. Ich weiß jetzt, wie... Ich weiß, wie es am besten geht. Du am besten nichts drücken. Lass den Papa drücken, okay? Ja. Nicht, weil du das nicht kannst, aber so geht das jetzt schneller, okay? Ja, ich weiß, ich hole sofort. Und einmal hier gucken. Wunderbar. Lustig wäre es, wenn wir hier eine Kochmütze bekommen würden und der Koch... Da wollte ich auch gerade reingehen. Ach so, ja gut. Vielleicht gibt es ja hier Kochmütze und Kochjacke. Ja, sicher, wie cool. Yeah. Dann können wir einen auf Papa machen, ne? Papa hat ja Koch gelernt. Sollen wir schon mal die Kochmütze kaufen? Ja. Komm, wir kaufen die schon mal. Wenn wir gleich genug haben, dann kommen wir da wieder hin, okay? Dann holen wir noch die Kochjacke. Mario als Koch. Super lustig. Ja. So, und hier kaufen wir den Mond, ne? Hm. Danke sehr, gelber Krebskogel. Gabel. Das war doch ne Gabel. Ich weiß, aber das sag ich auch. So. Schauen wir mal, was hier noch so ist. Ach, hier sind wir gleiche. So. Sieben. So, was kommt denn da rein? Warte mal. Wenn du eine Rübe findest, wirf sie einfach mal in den Topf. Wenn es eine Goldrübe ist, passiert was ganz Tolles. Eine Goldrübe. Warte mal. Sind das Rüben? Sind das Gold... Okay. Okay. Jo. Okay. Das war sogar richtig. Wo ist denn jetzt die Goldene? Weg. Ach, das sind Rüben. Da. Müssen die da reinwerfen. Ups. Meinst du, da kriegen wir einen Mond für? Ja. Sehr cool. Den holen wir uns gleich, Mann. Aber wir müssen noch die zweite Reihe machen. Nein. Einen habe ich noch gefangen. Ja. Alles klar. So, gehen wir mal weiter. Ich glaub, du musst schneller gehen. Guck mal da. Ich glaub, du musst schneller... Nein, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ich sagte doch, du musst schneller gehen. Ich wollte zurück, weil wir genug Münzen für die Kochjacke haben. Willst du die Kochjacke nicht? Na toll. Ja, da wollte ich doch hin. Alles gut, ne? Da wollte ich hin. Hier. Komm, lass den Kochjacke kaufen. Ja, ja. Klar. Jetzt sind wir ein Koch. Mario Koch. Cool, oder? Ja, und können wir da noch was von gern kaufen? Nee, lass uns da ein bisschen Münzen sparen. Okay. So, hau mal da drauf. Ich kann es nicht. Aber du bist doch die Mütze. Schneller, schneller, schneller. Schneller, bevor es wieder weg geht. Das war's. Aua, aua. Oh nein. 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 Na, ist egal. Komm. Wir gehen da jetzt drauf hier. Gehen da drauf. Und gehen da drauf. Gucken einmal am Rand. Aber da war nix. Nicht kaputt machen. Komm. Marcel, nicht kaputt machen. Spring nicht drauf, ey. Oh. Wir brauchen so ein Lava-Vieh. Wo wirst du? Hallo? Was ist? Nix. Ist das ekliges Käse? Ja, bestimmt. Er ist bestimmt ekliger Käse. Sieht so aus, ne? Ist auch Käse. Weg damit. Die Hammer, Brüder. Die werfen mit Bratpfannen. Ja. Hier, komm her. Ja, ich wollte schon immer mal ein Hammerbruder sein. Hier. So sieht das aus, ne? Wenn man Mario spielt, da werfen die Hammerbrüder immer so auf einen die Hammer. Weißt du? So sieht das aus, wenn man selber spielt. Ich möchte auch mal. Darfst du sofort. Darfst du auch sofort. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Hier. Spring mal ein bisschen rum. Fährst mal ein bisschen. Auf der anderen Seite, ja. Cool, oder? Sollen wir mal da reingehen? Ja. Durch die Tür. Dann musst du aber mal rausgehen. So. Geh mal durch da. Jawohl. Bäh, Käse. Warte, geh da ruhig hin. Hier. Warte, geh ruhig hin. Willst du mal versuchen? Lauf mal ruhig. Goh, wir müssen fünf von den Mohnen sammeln. Meinst du, wir schaffen das? Geh mal ruhig da drauf auf den Käse. Sammel mal ein da den Mohnen. Spring mal. Lauf mal schön weiter. Mann, nicht alles kaputt, Schatz. Mann, nicht alles kaputt. Pass auf. Ah, hast du den zweiten schon gefunden. Wunderbar. Okay. Aber wir brauchen... Ah, hier. Ich soll weitermachen? Ja. Sicher? Ja, weil das... Du hättest ruhig mal versuchen können. Also. Kannst du werfen? Versuch mal zu werfen. Nur die Mütze, ne? Ach. Hast du einen gefunden? Nee. Doch. Doch, doch. Hast du einen gefunden? Guck mal, ich kann den auch kaputt machen. Ehrlich? Oder? Nee, nee. Nee. Das war's gut. Warte, lass mal. Lass mal, lass mal. Ich komm mal zurück. Nee, kann ich nicht. Das war's gut. Nicht schlimm. So. Ein sterben brauchen wir nur noch. Der ist irgendwo... Der ist irgendwo da oben. Genau. Ich glaube, der Papa macht gerade Blödsinn. Hallo. Ja, ich sehe doch nichts. Oh, das war knapp. Warte. Da, am Mond. Ich trafe uns. Jawohl. Das war aber nicht der, oder? War das der? Ne, einer fehlt. Der muss doch irgendwo hier sein. Irgendwo dazwischen. Warum kommt der denn nicht so weit? Nein, 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 nein. Nein. Wo ist der Typ? Ach so. Danke. Einer fehlt noch. Wo ist der denn? Wir wollten nicht hier. Ah ja, stimmt. Ich sag dir Bescheid, wenn du den hast. Oh, ey. Da ist er. Okay. Wir kommen jetzt da hin. Ja, ich sehe. Gut, gut. So, Freunde. Das war's für heute, ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns gerne nächstes Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Alles Gute. Die Kimi und ich. Nein, nicht mit der Schöpflüte raus. Was? Oh, das war knapp. Ich dachte, jetzt gehen wir mit der Schöpflüte raus. Nein, nein, nein. Nächstes Mal geht's weiter. Peace. 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 I can lose this far. Esse ist ja. Ich bin. 雪in, ich bin. Allein. Ich bin. Hurra5-Ich bin. Ich bin. Das war eine richtig. Wir sk�pflüte raus. Bis zum nächsten Mal.